Hallo Leute, heute mal nicht am Wasser, heute mal zum Räuchern hier. Gestern war ich los auf der Ostsee und habe ein paar Heringe gefangen, insgesamt 106 Stück. Eigentlich eine ganz gute Ausbeute für ein paar Stunden und ein paar will ich dafür heute zum Heringen verdonnern. Und habe hier meinen neuen Räucherofen, den ich heute das erste Mal einweihen werde. Könnt ihr mal kurz gucken. Eine Thermometeranzeige haben wir dran, ist ganz nützlich, damit ihr immer wisst, wie viel Grad ihr drinne habt. Braucht eine Glasscheibe, kann von Vorteil sein, muss aber nicht, man kann ja auch die Tür einfach öffnen. Aber finde ich eigentlich ganz schick, dann verliert man nicht die Wärme unbedingt. Hier oben ist noch ein Temperaturregler dran und das Schubfach fürs Holz ist ganz einfach gehalten. Tja, die Katze will auch zum Fisch. Vielleicht kann ich das einmal zeigen, das ist ein ganz simples Prinzip hier. Man klappt hier hoch und dann kann man den Schrank öffnen. Und hier seht ihr sehr schön, die Heringe habe ich zu liegen. Entschuldige bitte die Katze. Aber die ist halt auch ganz wuschig bei dem Hering. Ja, warum lege ich den Fisch rein? Ganz einfach, wenn ich den hängen würde, viele stechen durch die Augen, dann könnte es mir passieren, dass wenn er zu warm wird und zu weich wird, dass er mir dann abfällt. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen habe ich hier so eine Gitter, wo man den vernünftig reinlegen kann. Und Hering immer mit dem Bauch nach oben dort reinlegen. Dann kann er nicht aufplatzen. Und das Interessante daran ist ja, dass noch Rogen und Milch drin ist. Für manche ist es ja echt lecker. Und das kann dann halt nicht passieren, dass ihr da Verlust habt. Außerdem fallen die Heringe nicht durch. Die liegen schön fest drin. Was brauche ich? Wichtig sind ein paar Handschuhe. Wacholderbeeren habe ich in dem Tütchen. Ein paar Späne, Holz, Anzünder, Feuer. Ein bisschen was zum Wedeln und zum Glutzusammenkratzen für den Schluss. Und jetzt mache ich erstmal das Feuer an. Denn die Heringe brauchen nur 5 Minuten. Bei maximal 80 Grad. Eher 60. Deswegen lasse ich dann auch die Tür auf. Aber das dann später. Ja, wenn ihr das Holz reinmacht. Seht ihr hier, habe ich ein kleines Küchentuch untergepackt. Macht sich nachher ganz gut. Wenn man es dann anzündet. Und ihr macht ein kleines Türmchen. Müsst ihr mal gucken, dass ihr zum Anfang noch nicht so große Holzscheite nehmt. Das ist so ein bisschen Türmen in der Regel. Aber ich möchte beim Heringen speziell jetzt nicht so wirklich viel Hitze haben. Daher mache ich da ein bisschen weniger. Und das ist meist dann schon mehr. Weniger Hitze auf jeden Fall. Weil sonst räuchert man Heringe kalt. Mach ich aber persönlich nicht. Lich auch nicht so wirklich. So. Das wird mir reichen. Jetzt gibt da ein bisschen Grillanzünder rüber. Ihr könnt das auch anders machen. Es gibt ja verschiedene Methoden. Mit Steinen. Oder mit so einem Feuerstein. Muss ich ja echt mit der Katze heute kämpfen. Geh doch mal weg. So. Macht ruhig ordentlich rüber. Jetzt lassen wir das ein bisschen einziehen. Damit sich die Flüssigkeit ins Holz einsaugt. Das Holz mache ich erstmal weg. Und das nimmt da jetzt erstmal nochmal weg. Ein bisschen von den Fischen. Denn ich möchte ja nicht den Geschmack von dem Grillanzünder auf meinen Fischen haben. Deswegen lässt man es erstmal außerhalb. Wenn ihr die Fische drin habt, schon mal außerhalb anbrennen. So dass ihr ein bisschen Glut habt. Und dann schiebe ich es erst rein. In der Regel wird aber erst der Ofen heiß gemacht und dann die Fische rein. Heute ist es aber andersrum. Ihr könnt da nochmal gucken. Ich habe unten unter den Heringen ein kleines Abtropf Blech. Was gleichzeitig mir auch als Flammenbrenner dient. Falls doch mal eine Flamme zu hochkommt, dass mir die Fische nicht schwarz werden. Thermometer. Ihr könnt da sehen. Zeigt jetzt momentan die Außentemperatur an. Ist heute echt warm. Und hier oben seht ihr nochmal die kleine Öffnung für die Lüftung. Und nachher, wenn das Räuchern richtig erst beginnt, schiebt da hier zu. Und somit habt ihr dann einen Raum, in dem wirklich dann viel Qualm bleibt. Anfangs aber immer offen lassen. Denn das Feuer muss ja atmen können. Ihr seht jetzt ganz schön. Das Holz ist schon ein bisschen trockener geworden. Ich warte jetzt noch ca. 2 Minuten. Die Katze ist echt neugierig. Komm noch mal raus hier. Aber wer kann bei so leckeren Heringen nicht widerstehen. Wie das Holz langsam verbrennt. Ich lasse es ruhig ein bisschen runterbrennen. Denn ich möchte ja nicht so eine allzu große Hitze drin haben. Das fällt jetzt ein bisschen in sich zusammen. Lasst es ruhig, wenn ihr einen Hering macht, immer ein bisschen runterbrennen. Denn wie gesagt, 5 Minuten Hitze reichen vollkommen aus. Dann habt ihr richtig schön butterweichen Heringen. Die sind ja so schon weich. Aber ich verspreche euch, dann sind sie noch richtig schön saftig. Werden nicht zu trocken. Und dann macht es auch richtig Spaß, die zu essen. Was ich noch vergessen habe, euch zu sagen. Ich habe die Heringe in Salz, Wasser eingelegt. In einer Salzlauge. Über Nacht. Ungefähr 12 Stunden. Eine 1 zu 4 Lösung. Also, was könnt ihr euch ja denn ausrechnen. Müsst ihr ein bisschen anpassen. Wasser, je nach Menge an Fischwasser räuchern wollt. Aber 1 zu 4 ist so für Meeresfische der Durchschnitt, den ich nehme. Und habe dazu noch ein paar Wachholnerbeeren zugegeben. Die ein bisschen klein gedrückt. Dann kommt das Aroma besser raus pro Fisch. Eine Beere. Und da habt ihr ein gutes Ergebnis. Ich muss jetzt hier nicht groß was mit einer Gewürzmischung da. Oder so anfangen. Salz ist immer noch das Beste, was man machen kann. Und hier seht ihr jetzt das Feuer. Wendet richtig schön runter. Aber wenn ich mehr oder weniger nur noch Glut drin habe, dann lege ich noch ein kleines Stück nach. Bring es auch mal ein bisschen zum Brennen. Und dann kommt es rein. In dem Moment. Den zeige ich euch gleich gleich. Das Thermometer steigt. Nach und nach. Und ich muss jetzt dann die Hitze drin behalten. Jetzt 55 Grad. Ich werde noch ein bisschen Holz nachlegen. So dass ich auf 60, 70 Grad komme. Ein Stückchen werde ich noch raufpacken. Und dann lasst das ruhig dann schön runter brennen. Und dann haut das auch hin, dass die Fische durch sind. Falls ihr auch mal zu viel Hitze drin habt, macht da einfach die Tür auf. Dann zieht die überschüssige Hitze ab. Erst ging das Feuer gar nicht los. Jetzt geht es richtig los. Manchmal ist das komisch. Aber was ihr dann machen könnt. Wir füllen mal. Das sind so 60 Grad vielleicht. Nach dem macht ihr dann die Tür ein bisschen ruf. Nehmt das gegen. Dann könnt ihr hier oben immer noch ablesen, wie viel Grad ihr habt. Das schneidet jetzt aber auch in hier. Also ich werde den Ofen lieber ein bisschen offen lassen. Ich finde immer ein bisschen, das ist ja schon ganz bisschen zu warm. Ein bisschen Hitze für die Jeringe, wo ich war dran. Die liegen ja da, dafür dürfte ja nichts passieren. Ah, jetzt läuft man es dazwischen. So ein bisschen ab. Wenn wir abtropfen, es ist in der Regel bei den meisten Fischarten, zum Beispiel beim Aal oder Karpfen auch, Schleier, genau denn der Moment, wo man genau nachgucken muss. Danach muss man natürlich bestimmen, wie und wann wir ablöschen. Kommt je nach Größe des Fisches drauf an. Aber ich werde nochmal diesbezüglich zum Thema vielleicht Karpfen oder Schleier ein extra Räuchervideo machen. Denn das ist noch ein bisschen anders. Vor allem dann auch mit dem Aufpieken der Fische. Ich werde jetzt mal. So. Die Hitze war jetzt genug. Es waren fünf, sieben Minuten. Ich lasse es jetzt noch ein bisschen runterbrennen. Man sieht an den Augen der Heringen immer ganz gut. Wenn die so ein bisschen trüb wären, dann ist der Fisch eigentlich schon durch. Ich lasse es jetzt ein bisschen runterbrennen. Ich mache es schon mal ein bisschen klein. Und ich sehe jetzt hier, ich habe im Ofen 92 Grad. Also das ist noch eine optimale Temperatur, die sich jetzt, so da ich alles geschlossen habe, auch ein bisschen hält. Ich mache jetzt hier oben den schon mal zu. Denn zum Räuchern brauchen wir den nicht. Und die Heringe tropfen immer mal so ein bisschen ab. Das ist dann genau der Zeitpunkt beim Hering. Jetzt wird es blau. Wo man aufhören sollte Hitze zu geben. Sonst wären sie zu trocken und schmecken dann auch nicht vernünftig. So ihr seht, jetzt scheint es aber zu Quallen hier. Mit den Augen immer vorsichtig zu sein. Die Blut schiebt man jetzt nach vorne. Und jetzt noch mal vordere Drittel. Je nachdem, ihr könnt in der Regel auch ein bisschen weniger gut ruhig unterhaben. Denn, wenn man mit Räuchern, Mehl arbeitet, Segespäne oder so, soll sich die gut von vorne nach hinten durchfressen. Wenn ihr jetzt ein Stück Holz drauflegt, macht da die gut einfach flach. Und packt dann ein, zwei Stücken drauf. Und das geht eigentlich genauso gut. Ich mache es heute mit Mehl. Da ist, ah, das ist so aggressiv in den Augen. Und da ist, äh, hier der Zuba zum Ofen. Und jetzt klebe ich die Tür auf. Damit der Ofen auskühlt. Wie gesagt, nicht mehr als 30 Grad soll das haben. Sehr ergiebig, der Qualm. Da hat man noch einen ganzen Tag was von. Ich werde mal gucken. Ich werde die richtige Richtung erwischen. Vielleicht kann man es sehen. Die Jeringe sind schon leicht, leicht gülten geworden. Ich sehe krumm was. Und... Die Temperatur ist noch ein bisschen zu hoch. Holz brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann zünden wir auch nicht. Das kann man schon mal ein bisschen verstauen. Gut, sieht jetzt schon mal ganz vernünftig aus. Das qualmt so schon echt gut. Aber es gibt so ein Räuchermehl. Man kann auch, wenn man einen Tischler kennt, vielleicht mal nachfragen. Aber nimmt bitte immer nur Späne. Zum Beispiel Buchenspäne machen sich eigentlich am besten und sind auch am beliebtesten zum Räuchern. Beim Holz könnt ihr alles verwenden, was Blätter hat eigentlich. Vor allem alle Obstbaumsorten, Ahorn, Birke, Buche natürlich. Sowas alles könnt ihr da verwenden. Aber nimm keine Nadelgehölze, denn die harzen und das ist echt, dann kann man die Fische wegwerfen. So. Es wird abgelöscht. Ich nehme ruhig ein bisschen mehr. So, der ist mal lange. Ach, hier kommt dann noch ein bisschen was drauf. Gut. Die Blut kann sich dann hier, seht ihr, von vorne nach hinten durchfressen. Und ich gebe jetzt noch ein paar Wacholderbeeren oben rauf. Und jetzt hier vier, naja sogar. Ungefähr so viel, wie wir Fische haben, sollten wir auch Wacholderbeeren raufgeben. Ob die nun mit untergebuddelt sind oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache, die dann mit von der Blut erwischt. Ach, komm her. So leicht die letzte Mal habe ich immer mit Holzspur geräuchert. Da kann man das auch machen. Ihr könnt aber auch noch eine Zweige nehmen. Geht ganz genau so gut. Das kommt halt nur auf Sanktumma drauf an, dass das stimmt. Gut. Das geht jetzt rein. Und dann gibt es hier so eine Blutklappe. Ich schmal dann hier oben rein. Und lässt auch ein bisschen Zug übrig, dass von unten auch ein bisschen Luft nachströmt. geht ums das Feuer nicht aus. Also Feuer geht nicht aus mit ganz. Man riecht jetzt schon sehr schön die Wacholderbeeren. Und das ist eigentlich das gesamte Geheimnis des Räucherns. mehr oder weniger. Man sieht jetzt sehr schön, die Temperatur ist jetzt noch ein bisschen hoch. Das ist jetzt so 35 Grad. Könnte auch noch auf 40 Grad hochgehen. wird sich aber mit der Zeit noch regulieren. Und ihr seht sehr schön, die Heringe liegen jetzt voll im Dampf drin. Für zwei, zweieinhalb Stunden sollten sie schon drin liegen. Könnt ihr auch länger drin lassen, je nachdem wie ihr das Aroma mögt. Ich lasse jetzt so zweieinhalb Stunden drin. Und in der Zwischenzeit kann man jetzt was anderes machen. Noch zum Beispiel die anderen Heringe sauber machen. Und heute Abend gibt es die dann lecker mit einer Butterstulle. Ich werde mich dann in der Zwischenzeit nochmal melden. Wie dann die Glut durchgebrannt ist. Ich werde es alle halbe Stunde kontrollieren. Um auch zu gewährleisten, dass es schon richtig schön am Qualm bleibt. Und dann könnt ihr gleich sehen, wie das dann aussieht. Gut. Jetzt ein halbes Stündchen später sieht es an sich ganz gut aus. Ihr seht jetzt vorne schön frisst sich dann gut durch die Asche und zieht nach hinten durch. Jetzt auch nicht für eine halbe Stunde. Und dann werde ich das hier einfach immer mal von hinten wieder so ein bisschen vorschieben. Und dann frisst sich das weiter durch. Das macht da ungefähr halt zwei, zweieinhalb Stunden, bis der Hering schon goldfahrend ist. Jetzt jetzt tropft es so ein bisschen raus. Hinten aus dem Hering. Das setzt sich dann natürlich auf den anderen Fischen ab. Das ist, wenn man sie liegend ruhig hat, natürlich der Nachteil an der Sache. Aber da kann man mit ein bisschen Speiseöl und einem Tuch vorsichtig rüberwischen und dann ist das auch wieder schick. Kann man übrigens auch bei Aalen machen. das ist so ein bisschen kleiner Tipp von mir. Haben sicherlich auch schon andere rausgefunden. Aber viele wissen das gar nicht. Mein Problem ist jetzt nur, dass die Heringe durchscheinen sie zu sein. Sind ja sowieso butterweich. Aber die sind mir ein bisschen nass. Die Heringe an sich. Und und so die Heringe an sich. Das ist so ein bisschen mehr. Sie hier schnambelt. Das soll mich richtig schön im Qualen stehen. Ein bisschen wir müssen nur drauf aufpassen, dass ihr keine Flamme rein bekommt. Ein bisschen anstrengen, denn im Endeffekt zeigt es sich dann aus. So, alles sieht einfach gut aus. Ich hoffe jetzt, dass die Fische ein bisschen trockener werden. Achso, da muss ich jetzt einfach den Schub wieder rein. So, jetzt mit offener Esra, Tür wieder zu. Jetzt sieht man vielleicht, wie der Qualm hier innen hochsteigt. Dann füllt der Raum sich wieder aus mit Qualm und dann hat man da wieder eine schöne Struktur drin. Heute ist die Temperatur ein bisschen höher, leider. Denn wir haben ja höhere Außentemperaturen. Könnt ihr jetzt mal gucken. Haut aber noch ziemlich hin, um die 30 Grad. Und ihr seht, am Rand kommt es auch so ein bisschen raus. Die Heringe sind noch ein bisschen blass, leider. Ich hoffe, ich werde noch ein bisschen besser. Aber das sind dann halt Erfahrungswerte, die ihr von Ofen zu Ofen machen müsst. Das könnt ihr mal sehen. Für anderthalb Stunden, knapp zwei sind fast rum. Die Heringe sind noch nicht so wirklich nach meinem Maß, wie ich sie haben will. Also ich denke mal, die werden noch mindestens anderthalb Stunden brauchen, dass sie richtig schön golden sind. Was mir auch mal aufgefallen ist, ist, dass mit Räuchermehl die Fische meist nicht so schön goldfarben werden. Wir werden die nur Holz benutzt. Also das müsst ihr selbst entscheiden. Kommt auch wahrscheinlich immer aufs Räuchermehl drauf an. Wenn es ein bisschen gröber ist, dann ist es meist ein bisschen besser. Aber dass es hier nur fein ist, ich habe es heute genommen, weil es dabei war. Aber so die hintere sieht ja schon ganz schön golden aus. Ich denke mal, ich lasse noch so bis um 8 Uhr abends drinne. Das sind dann jetzt noch anderthalb Stunden. Und dann mal gucken, wie das Ergebnis ist. Das ist schon eine Weile später. Aber die Heringe sind jetzt fertig. Und die könnt ihr da jetzt nicht mal angucken. Sieht noch lecker aus. Haben allerdings auch, Moment, jetzt ist es neun, fünf Stunden drinne gehangen. Mussten sie heute leider. Ihr seht hier so Flecken, das kam von den Heringen, die da drüber gehangen. Ist abgetropft von den Kiemen. Wie gesagt, einfach ein kleines Küchentuch und ein bisschen Öl nehmen. Noch mal abreiben. Und dann sehen die super aus. Haben noch eine ganz gute Farbe bekommen. Ölfstück. Die gibt es dann aber erst morgen. Das war mir jetzt dann doch zu spät. Und ihr seht, gerade auch hier verzeiht den Schatten drauf. Da ist nicht einer aufgeplatzt. Ist alles schön ganz geblieben. Und die lasse ich jetzt erstmal so über Nacht auskühlen. Den geräucherten Fisch darf man nie warm verpacken. Und dann nimmt man einfach hier so ein bisschen Zeitungspapier. Wickelt die ein. Und dann ist das schick. Ich hoffe ich konnte euch zeigen, wie manche so ein paar Bücklinge sind da jetzt so zubereitet. Und macht es einfach mal nach, wenn ihr die Gelegenheit habt. Denn das sieht doch ganz lecker aus. Schöne Butterstulle zu. Und man hat einen lecker Abendbrot essen. Bis zum nächsten Mal dann. Und danke fürs Zusehen.